Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Risen 2. In der letzten Folge haben wir Zekis Auri Kulki, die Krone des Königs, zurückerobert, gefunden in der Höhle bei den Termiten und haben sie ihm zurückgegeben. Außerdem haben wir Kalil, den kleinen Gnom gefunden und ihn zu seinem Freund zurückgebracht. Ja, was gibt es jetzt noch zu tun? Schauen wir da einfach mal kurz in unsere Quest rein. Ich glaube, das Floß muss gebaut werden. Nuri, der Gnom, versteht mich. Nuri, Moment mal. Zudem müssen wir auch noch, der wollte einen Da-Kobala und zwar eine schwarze Perle. Die haben wir jetzt, ist ja das hier? Ja, genau. Hemd zeigen. Hast du sowas hier? Ah, Homi-Taki-Dingi. Taki-Haipo-Homi. Homi-Kipi-Da-Kobala. Nuri-Haipo-Homi. Hm, er scheint ein Hemd für mich zu haben, aber er will dafür dieses Da-Kobala. Ja, Da-Kobala, die schwarze Perle. Die haben wir auf jeden Fall bekommen. Oh, Nuri-Smilla. Von einem anderen Gnom. Ich weiß gerade nicht mehr von welchen, aber ist egal. Eine Pech-schwarze Perle. Homi-Kipi-Da-Kobala. Nuri-Smilla. Tan-Tan. Halpo-Kumpo-Plezo. Oh, ein schwitziges, dreckiges Hemd für eine schwarze Perle. Naja. Naja. Mismilla. Homi-Kumpo. Ja, ja, vielen Dank, du Halsabschneider. Und viel Spaß damit. Jip, jip. Manchmal sind Wertgegenstände nicht allzu viel wert. Wenn man zum Beispiel mal an einen hungernden Menschen denkt, der würde sich alles dafür geben, um was zu essen zu bekommen. Auch die wertvollsten Artefakte und Schmuckgegenstände sind halt in so einer Situation dann nichts wert. Nur mal so als Beispiel. Die, ähm, die, äh, haben wir schon die, äh, den Schatz gewollt? Ne, ne? Dann ist das das nächste, was wir zu tun haben. Den Schatz suchen im Tal des Knomenfressers, des Granagotso. Und, jo, wenn wir den haben, heißt es für uns dann noch, die Schiffsbruchteile, also ein bisschen Holz zu besorgen. Treibgut, Treibholz, sowas in der Art, ne? Jo, also das ist kein Stress. Das ist dann einfach nur eine kleine Suche. Und wenn wir das geschafft haben, ist es wohl so weit, dass wir uns mit dem kleinen Gnom Jafar auf den Weg zurück weg von dieser Insel hier machen können. Aber erstmal das Treibholz einsammeln und dann, und dann das Floß bauen. Vorher geht ja gar nichts. Allerdings, äh, wenn ich schon mal hier bin auf der Insel und sonst hier nicht wirklich viele Menschen unterwegs sind, wäre es doch ein guter Zeitpunkt, mal einen Schatz zu heben, oder? Das machen wir so selten. Von daher, nehmen wir noch einen Schatz mit. Ganz schön schwer. Ja, jo, ähm, die Treibholzsuche könnte nochmal ein bisschen unangenehm werden. Ist meistens ein bisschen schwierig, die Teile aufzusammeln. Was haben wir denn hier? Und noch eine Schatzkarte. Oh, nice. Da haben wir gleich noch was zu tun. Tja, der Schatz im Meer. Den werden wir dann gleich auch mitheben, denke ich. Wie soll ich mit einem Floß bauen? Ja, okay. Also, der Schatz im Meer ist da oben. Und da müssen wir im Prinzip auch hin. Wir müssen hier diesen Strand absuchen und diesen Strand absuchen, schätze ich mal. Ja, ich bin mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, denn es ist schon ein Weilchen her. Aber das finden wir auf jeden Fall raus. Wir gehen jetzt Richtung Norden, würde ich sagen. Ja, Richtung Norden wäre schon besser. Das wäre da, in diese Richtung. Und dann hoffen wir mal, dass wir dort das Treibholz und auch den Schatz finden. Ja, wie gesagt, ich habe es schon ganz oft erwähnt. Ich mag Chafar. Ich freue mich darauf, mit ihm auf Reisen zu gehen. Meine Fresse, was ist denn heute wieder los? Ja, da ist die Zunge noch nicht ganz warm. Denn draußen ist es richtig kalt und ich war gerade draußen. Warum auch immer. Ja, naja, egal. Zurück zum Thema. Treibholz und Chafar. Ja, Chafar. Also, ich habe ja gesagt, ich werde, wenn ich jetzt mit meinen Gefährten wieder unterwegs bin, irgendwann wird das der Fall sein. Ich denke, das ist nicht schwer zu erraten. Hier bin ich falsch. Verdammt. Werde ich irgendwann immer mal abwechselnd die Gefährten mitnehmen. Man kann ja immer mit einem Gefährten zusammen die Insel erkunden. Und hier müsste ich runter, oder? Na, das ist natürlich doof. Nee, das ist keine gute Idee. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Wir hatten ja beim letzten Mal auf Antigua, hatten wir ja Venturo mitgenommen. Patty hatten wir auch schon mal dabei. Obwohl, noch nicht so richtig. Die wird auf jeden Fall nochmal mitgenommen. Und auf jeden Fall Chafar als nächstes, oder? Das klingt doch gut. So, geht es hier vielleicht etwas tiefer runter an den Strand? War das nicht jemand, den wir den Panther erledigt hatten? Das war hier irgendwo, oder? Egal, gut. So, da sieht es aus wie Strand. Und wir hoffen, dort ein wenig Treibgut auftreiben zu können. Ja, heute war wieder mal mein erster Arbeitstag. Ich bin, ja, ganz gut zurechtgekommen. Hat alles gut geklappt. Aber ist dann doch immer schön, wenn man ein paar Tage, beziehungsweise in meinem Fall, zwei Wochen zu Hause war. Aber naja, ihr kennt das sicherlich. Die Zeit vergeht immer viel zu schnell. So, also auf jeden Fall bin ich mir jetzt sicher, dass der Schatz da hinten ist. Deswegen war ich übrigens auch draußen, weil ich auf Arbeit war. Ja, ja. Das macht schon Sinn, ne? Ähm, wow, die sind so leicht zu besiegen. Und bei uns liegt heute das erste Mal wieder ein bisschen Schnee seit langer Zeit. Es gab ja wieder mal keine reines weiße Weihnachten. Wovon ich eigentlich ein großer Fan bin, aber leider waren mir das die letzten Jahre nicht vergönnt. Es scheint so zu sein, dass Dezember nicht mehr viel mit Winter zu tun hat bei uns. Warum auch immer. Es lässt sich nicht vermeiden. So, der nächste Schatz sollte hier hinten sein. Sand und Erde werden durch das Wasser so weggespült, dass ich dann auch mal locker die Schatzkiste offenbaren kann. Auf der anderen Seite, die Insel ist immer noch sehr verlassen, also spielt das eigentlich keine Rolle. So, okay. Daraus bauen wir ein wunderschönes Floß. Das macht Jafar für uns. Der tolle Gnom. Ähm, aber ja, wie gesagt, noch haben wir nicht ein einziges Stück. Also brauchen wir noch gar nicht so sehr darüber reden. Ich bin froh, wenn ich dann wieder weg bin von dieser Insel hier, denn die ist jetzt nicht so interessant. Ich meine, das ist ganz gut gemacht. Also, nichts gegen die Insel an sich. Die ist toll. Das ist dieses kleine Gnomenvölkchen da. Das ist grandios gemacht. Und an sich sieht die Insel auch klasse aus. Aber was will ich hier? Ich bin Pirat. Ich will auf Kaperfahrten gehen. Ich will rumtrinken. Und naja, okay, wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall ist hier alles ein bisschen einsam. Ja, einsam trifft es wohl am besten. So, irgendwo hier vielleicht. Da ist ein Stück, oder? Ah, Sandteufel. Diese dämlichen Sandteufel immer. Ja, das wird jetzt eine etwas unangenehme Suche. Wie gesagt, habe ich den ausgenommen? Ähm, die könnten überall sein, die Teile. Ist das auch welches hier? Oh, okay, das ist schon doch leichter, als ich dachte. Hier ist ja richtig viel auf dem Haufen. Oh. Wow, die Krabbe kam einfach mal aus dem Sand gekochen. Ich mache aber echt übelsten Schaden. Ohne Mist. So, das scheint doch nicht so schwer zu sein, das Treibholz einzusammeln. Da hätten wir schon das sechste Stück. Da, wo ich gerade eben zuerst welches gefunden habe, ist auch noch was. Und hier vielleicht? Nee, sieht nicht so aus. Na, du. Ich bin wahrscheinlich jetzt auch auf der Insel nicht mal so gründlich gewesen mit dem Durchsuchen der einzelnen Gebiete. Aber das war ja auch nicht sehr groß. Also von daher, wenn hier und da mal eine Ecke nicht erforscht wurde, dann sollte mir das doch bitte verzeihen. Das liegt einfach daran, dass es irgendwie, naja, ein bisschen ähnlich alles aussieht. Und ich auch nicht großes Interesse habe, weil es hier auch nicht so viel zu holen gibt. Und ich denke, alles oder das meiste, was es hier gibt, haben wir sowieso eingesammelt. Wir haben die ganzen Schatztruhen gefunden. Und die Gnomen-Quest erledigt. Also, ich denke, das passt schon so. Gut. Da ist noch ein Stück Treibholz. Da vorne sehe ich auch noch was. Ich hoffe mal. Das reicht dann. Ich sehe bloß noch zwei. Wo ist das dritte, das letzte? Lass mal die Pflanze mitnehmen. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich nehme jede Pflanze mit, die ich finden kann. Und die Sandteufel. Wow. Die sind leicht zu erledigen, wollte ich gerade sagen. Aber, da kam ich in der nächsten... Alter, jetzt mach doch mal... Moment mal. Ich habe hier irgendwie das ein bisschen laut gerade auf meinen Ohren. So, besser. Viel, viel besser. Okay. Ja. Da ist alles, oder? Da hätten wir alle Teile. Super. Dann würde ich nochmal eben so ein bisschen in Richtung dieses anderen... Dieses andere... In Richtung dieses anderen Stückes des Strandes gehen. Meine Güte. Ich sage ja, meine Zunge ist noch nicht warm. Ähm... Und ja, das sollte sie sein beim Let's Playen. Beim Reden, ne? So, was haben wir denn hier noch? Vielleicht gehe ich ein Stück wenigstens noch den Strand entlang und schauen, was es hier so gibt. Aber viel sollte das nicht sein. Denn irgendwo hier... Waren wir sowieso von... Moment mal. Waren wir nicht irgendwo gestrandet am Anfang? Also, nicht gestrandet, sondern gelandet. Nennen wir es mal gelandet. Darko, Baller, Baller. Naja, die schwarze Perle. Das... Auf die... Auf die Lösung dieses kleinen Rätsels damals zu kommen, das war auch beim ersten Mal schon ein bisschen schwierig irgendwie. Naja, dieses Darko, Baller. Ich meine, das... Ich habe ja gesagt, das ist alles sehr leicht abgeleitet vom Englischen. Also, Darko, Dark, ne? Und... Na, Ball. Ball ist auch deutsch, aber... Ihr wisst nicht, was ich meine. Ähm, irgendwie war es trotzdem nicht ganz leichter drauf zu kommen am Anfang. Beim ersten Mal spielen dieses tollen Spiels. So, da haben wir eine Riesenkappe. Hey, fall um, du Sau. Autsch. Jetzt haben wir ihn. Okay, das sollte es dann auch gewesen sein. Und dann wäre es doch echt langsam mal Zeit herauszufinden, was mit unseren Gefährten und was vor allem mit unserem Schiff passiert ist. Tja, das ist alles ein Rätsel. Also, ich meine, als wir mit Slane in die Höhle gegangen sind, war Sainz und auch unser Schiff am Hafen, am Strand hier, also kurz vor dem Land, ähm, na, wie hieß es? Geankert. Hat er geankert. Meine Güte. Ja, und... Oh, hier war es schon dran. Und als wir aus dieser Höhle wieder kamen, in der uns Slane eingeschlossen hat, und natürlich, da ist ein kleines bisschen Zeit vergangen, war unser Schiff weg. Unsere Crew war weg. Und, tja, was es damit auf sich hat, finden wir hoffentlich bald raus. Ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, wir haben genug erkundet, nur dieses eine kleine Zipferchen hier noch, und dann geht's zurück. Moment mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das kommt mir doch ein bisschen bekannt vor hier alles. Naja, die Grabe da unten, die müssen wir uns auf jeden Fall nach vorknöpfen, und dann will ich mal noch diese kleine Anhöhe da überprüfen. Aber die Graben sind ja wirklich easy, das ist kein Stress mehr. So, irgendwie hier oben. Ich habe irgendwas in Erinnerung. War hier noch eine Truhe, eine Kiste, irgend sowas in der Richtung? Nee, ne? Vielleicht täusche ich mich da auch jetzt komplett. Das ist absolut, absolut möglich. Weil ich meistens, äh, die ganzen Spiele ein bisschen durcheinander schmeiße. So, im, im, in, in Erinnerungen, ne? Äh, da haben wir die ganzen Risen-Spiele gespielt, die ganzen Gothic-Spiele, und, äh, was es nicht alles noch so in der Richtung gibt. Und das nicht zu selten. Okay, jetzt müssten wir quasi nur noch zurück zu Jafar, und der ist da. Also nach da, und dann nach rechts. Und dann hoffen wir doch mal, dass der für uns ein wunderschönes Floß bauen kann. Das wäre richtig, richtig toll. So, Jafar, wo bist denn du? Wir haben alles erledigt und alles eingesammelt. Juhu. So, Jafar. Hier hast du alles, was du haben wolltest. Ah, Jafar, baue Floß. Brauche einen Moment. Mensch, komme zu Weststrand. Ich warte. Weststrand nächste zu Takarigua. Sehr gut. Das ist unser nächstes Ziel. Jipp, jipp, bis gleich. Also, wir müssen jetzt zum Weststrand gehen. Der ist, ähm, ja, hier, im Westen, logischerweise. Ne? Norden, Süden, Osten, Westen. Also dann, nach Westen. Wir haben ja auch einen Kompass oben rechts auf der, auf dem Bildschirm. Ne? Ihr seht ihn ja mit Sicherheit auch. So, also, wir gehen jetzt zu Jafarra. Und mit ihm segeln wir hoffentlich nach Takarigua. Hoffentlich unbeschadet vor allem. Denn, ähm, ich meine, es ist zwar nur von einer Insel zur nächsten, die relativ nah beieinander liegen, aber es ist dennoch eine Floßfahrt. Und so ein Floß ist, ich wollte gar nicht nach da, ich wollte nach da. Ja, meistens nicht ganz sicher, um meinen Satz noch zu beenden. Genau. So, also wieder zurück und nochmal rechts abbiegen und dann sind wir auch gleich da. Ja, äh, kurz mal auf diesem kleinen Stück verlaufen. Und das, obwohl ich, wie schon gesagt, obwohl die Insel, wie ich schon sagte, nicht sehr groß ist. Ähm, naja, passiert. Okay, tun wir mal so, als wäre das nicht passiert. Und gehen mal hier ein bisschen weiter hinter. War ich hier nicht gerade? Ja, hier war ich eben, genau. Okay, alles prima, alles prima. Und noch ein bisschen Proviant vernaschen. Denn wir wollen ja gut gestärkt auf Reisen gehen. Ja, hier unten ist die Bucht. Ah, da ist es auch schon, das kleine Floß. Okay, wir hätten auch einfach ins Bett gehen können. Naja, was soll's? Soll mal nicht so wild sein. Da ist Jafarra. Jafarra hat übrigens einen richtig coolen Hut. mit einer Feder dran. Ja. Sieht ja gar nicht schlecht aus, ne? Ein bisschen wackelig, aber ich hoffe mal, bis zu Targarygua wird es uns bringen. Aha. Okay. Der wird uns jetzt folgen, schätze ich mal, nach Targarygua übersetzen. Gut, also wir nehmen jetzt Jafarra mit auf unsere Reise. Für ihn ist es natürlich diese große, große Reise, die jeder Gnome machen soll, um seinen Auriculki zu finden, um Ehre zu bekommen. Und für uns ist es hoffentlich ein Wiedersehen mit unseren bekannten Piraten auf Targarygua. Nicht wahr? Jetzt müssten wir da, wie gesagt, nur noch heil ankommen. Das Wetter sieht ja erstmal ganz gut aus, während Jafarra ein bisschen in der Nase bohrt. Wow. Das muss ja gar nicht genau Brocken gewesen sein. Okay. Immerhin, nicht in unsere Richtung geworfen, das Teil. Und dann hoffen wir mal, das ist, wie ist das eigentlich, ist der Wind oder so? Ne, sieht nicht so aus. Ne, egal. Wir hoffen, dass wir jetzt ankommen. Ja, scheint zu funktionieren. Wie gesagt, das Wetter ist uns hold. Das sah sehr gut aus mit dem Wetter. Bei so einem richtigen stürmischen Wetter wäre das wahrscheinlich ein bisschen unangenehmer geworden für uns. Denn so ein kleines Floß auf hoher See ist immer so eine Sache, die man, naja, möglichst vermeiden sollte. Ja, wir gucken uns die Sehne trotzdem mal noch zu Ende an, einfach weil es, na, schön aussieht oder so. Keine Ahnung. So, wo ist denn Jafarra? Jafar, wo bin ich denn jetzt? Ah, hier unten, hier war ich ja noch gar nicht. Ja, dann werden wir das doch gleich mal erforschen. Warum auch nicht? So, also Jafar schließt sich uns an. Er wird uns an unserer Seite kämpfen. Ein bisschen kämpfen auf jeden Fall. Und hauptsächlich auch sammeln. Das ist eigentlich so seine Hauptaufgabe. So, ich habe irgendwie so eine Erinnerung. Waren es nur Krabben hier? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe das damals, als ich das erste Mal Risen gespielt habe. Risen 2 in dem Fall. Habe ich diesen Teil direkt beim ersten Mal auf Takara Iguan erforscht. Na komm schon. Oh, diese dämlichen Krabben. Gib schon um jetzt hier. Bam. Okay. Eins und zwei und. So, und die andere sollte dann auch kein Problem sein. Okay. Gut. Schon besser. Ich muss immer sagen, diese Krabben, die machen einen unheimlichen Lärm. Das ist ein bisschen... Äh, unheimlich nicht. Unangenehm. Ja. Das ist ja... Keine Ahnung warum. Die so laut sind im Vergleich. Ich glaube übrigens, ich verwechsel diese Gegend hier gerade mit einem Gebiet aus Risen 3. Wow. Habt ihr das gesehen? Da war ein Krokodil. Ah, Jafar, hilf mir. Bam. Wow. Ich mache selbst bei einem Alligator schon vier Schaden mittlerweile. Bam. Bam. Okay, das war easy. Tja, okay. Jetzt mit... Ups. Jafar an meiner Seite ist es alles noch ein bisschen einfacher. Da zumindest die Biester von mir abgelenkt werden. Und meine entsprechend hohen Schwertfähigkeiten, Schwertkampftechniken sorgen dafür, dass selbst ein Alligator kein Problem mehr ist. Das freut mich sehr. Denn, wie gesagt, Alligatoren sind eigentlich sehr starke Gegner in diesem Spiel. Sieht man ja auch daran, wie viel Ruhm man für die bekommt. Was ist denn das hier? Oh, Sandteufel. Hey, und schon. War das nur einer? Ist ja auch merkwürdig, oder? Was ist denn das hier? Hier liegt doch irgendwas. Ne, nichts von Wertung. Äh, nichts von Wertung, nichts von Wert, nichts von Bedeutung. Ja, das ist, wenn man zwei Wörter im Kopf hat und die dann sich nicht entscheiden kann, welches Wort man jetzt spricht. Und dann mischt man die auch mal zusammen, oder? Wow. Alter, wie viel sind denn das jetzt bitte hier? Da werde ich einfach mal... Au, au, auf die Mappe bekommen. Ich wollte gerade sagen, einfach ein bisschen drauf rumkloppen. Sollte kein Problem sein. Ja, ja. Spart euch die Zeit, Lube. Es waren bloß Sandteufel. Da drüben sind noch Krabben. Und ich glaube, da kommen sogar noch mehr Krabben aus dem Boden. Und möglicherweise... Gibt es hier nicht noch einen Schatz hier irgendwo hier unten? Ich bin mir wieder nicht sicher. Meine Erinnerung ist sowas von getrübt. Na komm schon. Zwei und drei. Oh, hat nicht gereicht. Autsch. Ach, come on. Spart euch diesen Zeitlupen-Mist. So bedeutsam war es denn wirklich nicht. Schon wieder. Ja, manchmal nervt das ein bisschen. Ich meine, so ein Kampf gegen Crow oder so, wenn es dann am Ende kommt, das ist schon was wert, aber in so einem einfachen läppischen Krabbenkampf gleich zweimal hintereinander. Naja. Ich weiß auch nicht, woran das festgemacht wird, ob es jetzt so eine Zeitlupen-Sequenz gibt oder nicht. Keine Ahnung. Ist eigentlich auch egal. Na, man muss es nicht ganz so ernst nehmen. So, wo sind die denn jetzt? Ja, diese kleine Küste würde ich gerne noch absuchen und dann, naja, dann werde ich einfach die Schnellreise benutzen. Wenn das überhaupt geht. Geht vielleicht gar nicht. Oh, Ghoule. Ich wusste doch, dass hier noch irgendwas ist. Autsch. Oh, ich müsste mir meine HP ein bisschen auffüllen. Gar nicht so richtig aufgepasst die ganze Zeit. Das sind gleich zwei Ghoule. Das sind immer noch harte Gegner. Da sollte ich ein bisschen aufpassen. Und mich nicht von denen überrumpeln lassen. Am besten wäre es, wenn ich sie wieder einzeln ranlocken könnte. Aber so wie ich mich kenne, habe ich das Glück nicht. Sind sogar drei. Ja, da kommt zumindest... Okay, die kommen alle. Verdammt. Ah, den ziehe ich aber auch viel ab. Okay, das sieht gut aus. Oh. Na komm schon, was ist das da? Links? Hm, eine Karpel wieder. Okay, alles gut. Na komm schon. Ja, auf die werde ich jetzt auch einfach ein bisschen einschnetzeln. Wow. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Das haben die bis jetzt noch nicht gemacht in diesem Spiel. Ui, der hat fast Jafar's Hut geteilt. Gut, gut. Ups. Ach man. Der ist aber auch so klein. Den kann man irgendwie gar nicht richtig mit einschätzen. Alter, willst du mich verarschen? Dass der auch immer so rumlatschen muss hier. Nichts zu holen. Was macht denn der hier eigentlich? Hast du eine Idee? Ach so, das ist mir egal. Wir werden dann später mal mit Jafar reden. Ist da noch ein Gould? Alter, wie viele sind denn das hier? Na gut, ich schätze mal, den Rest dieser Insel werden wir dann später erkunden in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vielleicht auch ein Abo. Was sage ich denn eigentlich immer am Ende? Ach ja, genau. Ja, sorry. Ich bin ein bisschen geschafft heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.